Und Peace! Und Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Captain Tsubasa. Wir haben heute jetzt das dritte Spiel in der neuen Liga in der wir sind. Haben wir jetzt die dritte Partie. Und dann, ja, würde ich sagen, fangen wir doch damit auch direkt mal an. Ich gehe da wieder direkt los hier. Ich gehe da noch mal an. Ich gehe da wieder. Ich gehe da wieder. Ich gehe da wieder. Das ist ein Schwerger. Das ist ein Schwerger. Das ist das, was Du in meinem Mark? Das ist das. Ich glaube, ich werde nicht sagen, dass du nicht das so gut gehen kannst. Ich werde das Schwerger und du immer wieder aufhören. Ah ja, klingt doch schon gut an. Du wirst der Gastspieler. Nicht, wenn ich dich zuerst erwische, Bitch. Wir werden sehen. So, da kommt wieder die Gruppenaufteilung. Was nehmen wir heute? Nehmen wir heute mal Gruppe B als Kombo. So, dann würde ich sagen, geht's dann mal direkt los mit der Partie. Ja, hast du das auch gehört? Oh, Bruder. Ja. Brauchen wir uns nicht nochmal angucken. Ist ja eigentlich immer dasselbe da. Mit Startelf und bla bla bla. Brauchen wir uns nicht jedes Mal reinziehen, glaube ich. Mal ein bisschen den Wille runterholen. Guck mal. Die sind aber auch. Ist wieder anders, nervig hier. Was? Bruder. Boah, schon wieder so Ninjas hier. So, beiseite, du Scheiße. Boah, das war dringend, deswegen hat der nicht voll aufgenommen. Boah, nein. Oh, was macht er da? Er spricht. Ah, ja. Ich würde sagen, das war so ein kleiner Fehler vom Spiel an. Jedes Mal holt er den Safe. Was ist denn das? Was ist beiseite, du? Alter. Oh, ey. Sie sind echt anders nervig hier gerade. Oh, er hat keine Energie mehr. Dann gib mal hier weiter. Was? 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 Boah. 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 Noch nicht so eine Kraft drin wie im Tag. Zweigerschuss, aber... Na. Los, nein. Jetzt zieh doch. Was für Abseits. Ach, Bomm, Junge. War das echt Abseits, Junge. Ist doch nicht wahr. Ah, den laden ja nicht aufladen. Mann. Der würde instant reingehen, glaube ich. Wenn ich denn nur aufladen könnte. Man nimmt... Oh, ey. Ja, diese von Ninjas großgezogenen... Was? Er läuft vorbei. Nein. Was? Digga. Warum komme ich denn nicht ran an ihn? Ja, ist klar, Alter. Ja, Digga. Das ist verpistig. Wir sind da jetzt mal ein bisschen knackig hier. Oh, Mann. Ihr kriegt jetzt einen rein, Alter. Egal ob ihr wollt oder nicht. Ach, Mann. Oh, warum ladet er den nicht auf? Ach, weil er keine Energie hatte wahrscheinlich. Oh, ey. Die sind echt anders nervig gerade. Nein, was machst du denn? Ja, was? Ist klar. Digga. Oh, Mann. Ja, schon wieder nicht. Mann. Boah, ist doch schwer gegen die einen reinzukloppen, Mann. Das ist doch nicht wahr? Äh, ja. Wir hoffen wir, dass wir es jetzt in der zweiten Halbzeit hinkriegen. Scheiße, ja. Ja, ja. Also, wiederhinkriegen. Ja, in den ersten Halbzeit hinkriegen. Das ist doch sehr, was wir machen. Ja. Wir müssen noch einmal hinbekommen. Also, die sind deshalb Bruchin. Schrappel, nee. Man geht einfach. Das ist doch nicht. Das ist doch ein WOGH-KUN. Das ist doch, ich weiß, es ist doch. Das ist doch nicht. Ich weiß, es ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht so. Ah, Mann! Boah, ja, ist klar, Digga. Weil die alle am Start sind hier, die Wichser. Was? Wo kam er denn jetzt her? Jetzt beiseite, Alter. Ist doch nicht wahr, Mann. Boah, weil die alle dahin standen, Mann. Wie das jetzt wieder so enden hier wie bei den Gebrüder-Bübern? Muss doch jetzt mal einer reingehen. Mann! Sein Wille ist noch stark. Boah. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, wenn ich einen Tiger-Schuss hinkriegen würde, wäre der Safe drin, Mann. Ja, sag ich ja. So ein Ding ist das hier und nicht anders. Wie er noch angreifen wollte. Aber echt nicht das. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Jetzt hau ich ihn wieder nach vorne Ah den hat er auf Entfernung gehalten Nein Jetzt ratteln hier aber die Dinger aufs Tor Sein Wille ist gleich schon wieder unten Was? Digi Ist nicht nie Was? Bruder Wo bist du? Wer bist du eigentlich? Ach Scheiße Da hab ich natürlich richtig in die Olga reingejodelt Jetzt verpiss dich Oh So jetzt schönes Ding Was? Komm Einen kriegen wir noch rein Kann doch nicht so schwer sein hier Was? Da ist er Was? Nein Genau ins Eck Mhm Was für ein Eck Bruder der war gerade Oder war der Ecke? Der war doch nicht Ecke Bruder Ja Man kann so und so sehen Ja genau Wieder von Ninjas großgezogen da hier Digga Was? Jetzt kommt aber mal Ne 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 Mein Fräulein Anders aber nicht so Ja Ja Die rennen mir genau rein Ich konnte nicht aufladen Ach schon Ja er rutscht wie auf Eis Digga Das ist so lächerlich Wie auf Eis alter Wie auf Eis ist der gerutscht Junge So lächerlich Der hat nicht mal was gedrückt Der verliert den Ball Ah Egal Ich hätte gerne noch einen dritten reingehauen Weil der war ja schon Der hat jetzt ja richtig die Eier um die Ohren gekriegt In der zweiten Halbzeit Aber egal 2-0 auch Völlig vertretbar Und dann gucken wir uns jetzt mal an Wie es weitergeht Jedes mal steht da kein neuer Versuch Ich Ich pack's nicht Digga Ich pack's nicht Aber wir haben wieder Ich hab eben bevor ich die Aufnahme gestartet habe 350 Punkte verteilt Jetzt Ich hab schon wieder 50 Ich hab aber auch sehr viel auf äh Tempo und Kraft gesetzt Diese 350 Komplett auf diese drei Kategorien erstmal Weil das glaube ich Wichtiger ist Ne Und jetzt Bis in die Technik Hab ich aber auch reingesteckt Aber in die Verteidigung gar nichts Weil Es macht glaube ich keinen Sinn So als Stürmer Ich weiß nicht ne Aber Mal gucken Bing 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 Alle Level ab hier Na gut außer zwei Das ist deine Daten Gruppe B Deine Daten A Ah Ah ja Was Neue Aktion Angetäuschter Schuss Ist das jetzt der aufs Tor damit gemeint Oder Ja guck ich gleich wieder wenn die Aufnahme zu Ende ist Vielleicht haben wir dann wieder einen neuen äh äh Torschuss Wenn ich den ändern kann gegen den äh Gewehrkugel Schuss Ähm Der ist ja eigentlich ganz gut also ne aber Wenn das geht dann gucken wir uns diesen angetäuschten mal im nächsten Spiel an Äh Schleichweg Okay Was sind jetzt noch Hey Power Dribbling hab ich doch schon Ja das benutze ich sogar auch schon Aha Ding ist einfach noch Was sind jetzt Stolzer Sprinter Okay Dann können ganz viel machen wieder Aber das mach ich äh Dann wenn die Aufnahme zu Ende ist Guck ich mir das mal an Ah Mach da mach da Ja jetzt hier nicht gedacht ne Ja jetzt hier nicht Gedacht ne Aber ich habe mich verletzt, was ich sagen. Dann gehen wir weiter, Heugen. Ja, ich freue mich. Ich kann nur nicht nur noch nachdenken, ich kann nicht nur noch nachdenken, Ah, wieder hartes Training hier am Start. Ich habe mich auch immer wieder aufgewachsen. Ich glaube, es ist eine gute Einstunde. Also, als wir einen der anderen gl pointen. Auch ich glaube, das Ausländer ist schwierig zu sehen. Ähnlich sind wir nicht nur daran, und das Schnellendstehend bleibt. Ich fühle mich daran, dass wir ihn nicht nur für die Schmerzen können. Ich denke, um wir mit dem Kurs, Wenn ich das jetzt so richtig lese, ahn ich schon, wer unser nächster Gegner sein wird. Gucken, ob sich das gleich bestätigt. Da würde ich auch nicht stehen wollen. Okay. Hey, zwei Leute, lass uns den耳chen. Okay? Du hast dich auf die Seite, und du hast dich auf die Seite. Und du hast dich auf die Seite, und du hast dich auf die Seite. Entschuldigung. Los geht's! Es ist hier! Was ist das? Das ist die Tür! Jetzt! Hüuga-san! Was? Ich habe ihn! 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 Entschuldigung, Hüuga-san! Ich habe ihn! Das ist nicht das, was ich. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn nicht mehr als ich mich daran fühle. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Käpt. Wie machen wir das so? Ich habe ihn verletzt. Bis zum nächsten Mal. Es ist persönlich gut. Aber ich will es auch für dich. Ich werde ihn mit ihm aufhören. Jetzt ist es gut. Ich habe ihn. Ja, und es laufen gehen. Schade. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Ja, ja. Alles cool, alles cool. Okay. Okay. One-one. Here! Come on! I'm still there! Das ist noch nicht! Also! Ich gehe von mir aus! Ah ja, weißt du Bescheid. Geht schon wieder ganz schön lange hier. Und wenn man nichts sieht, aber dann diese Geräusche hat, ne? Digga, sag es aber laut, uff. So ein richtiges Uff. Kein Ding, Bruder. Ja. Ja. Das war's für mich. Ich habe mich auf dem Weg gebracht. Und während ich mich in der Welt gefühlt haben, habe ich mich sehr schwer gemacht. Ich habe mich in der Europäischen Union gewonnen. Ich habe mich in der Zeit, Kira. Ich habe mich in der Zeit, Kira. Das war ein Schock. Das ist wirklich? Ich habe mich in der Kira. Kampfer. Ich bin der Kampfer und habe mich in der Kampfer gemacht. Aber ich bin der Kampfer. Ich bin der Kampfer und habe mich mit dem Kampfer getroffen. Ich konnte nicht rausauchen. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Wer? Captain, jetzt bin ich zurück. Ich bin dran. Was war's für mich? Ja. Das war's für mich. 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 Er hat alles gehört. Ich bin dran. Ich bin dran. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ja, nehm mal den Trotz. Oh, warum nicht? Ja, nehm mal den Trotz. Oh, nehm mal 50 Punkte. Aber Sichel! Ja. Oh, nehm mal den Trotz. Oh, nehm mal den Trotz haben wir schon hinter uns. Oh, nehm mal den Trotz. Oh, nehm mal den Trotz haben wir schon hinter uns. Ja, was sonst? Oh, nehm mal den Trotz. Oh, nehm mal den Trotz haben wir schon hinter uns. Oh, nehm mal den Trotz haben wir schon hinter uns. Oh, nehm mal den Trotz haben wir schon hinter uns. Und jetzt, wir haben ja noch den Trotz haben, Vielleicht fünfte, sechste Spiel, keine Ahnung. Vielleicht doch erst das letzte. Wir werden sehen. Aber, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich mach jetzt hier gleich unser Team und mein Dude hier fertig für das nächste Spiel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Spiel. Und bis dahin, reingehauen!